We drive electric cars only electric cars and we've been doing that for years and so we understand what an electric car driver needs. Und das hat uns dazu motiviert die Easypunk Network zu gründen mit dem ganz klaren Geschäftsfokus auf parken und laden in der Öffentlichkeit mit 24-7 Zugänglichkeit und einem ganz neuen Kundenfokus. We were interested in finding the best in the market and we ended up selecting Siemens. Siemens bietet ein sehr umfangreiches Portfolio an, um den Herausforderungen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur zu begegnen. Mit der Baureihe C-Charge CC22 bieten wir eine Ladesäule an, die perfekt für den öffentlichen Bereich, für Straßen zum Beispiel, zugeschnitten ist. Wir von Siemens Financial Services bieten Finanzlösungen für Firmenkunden in unterschiedlichsten Branchen an. Das Schöne daran ist, dass wir mit unseren Finanzierungslösungen Unternehmen dabei unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, indem wir Investitionen ermöglichen. Als Teil des Siemens Konzerns können wir zur Technik eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung anbieten. Als Start-up musst du ein Proof of Concept hinkriegen, den Leuten zeigen eben, das geht so wirklich. Und da kam natürlich Siemens Financial Services mit seiner Kompetenz, das maßgeschneiderte Lösungen dazu finden, die auch am Anfang den Cashflow im Fall der Fälle sogar ein Stückchen schonen, goldrichtig. Konkret im Fall Easy Network GmbH finanzieren wir innovative Siemens Ladesäulen und können dazu einen wichtigen Beitrag leisten, damit in den Städten mehr Ladepunkte entstehen. Nachdem wir diesen Proof of Concept auch noch hinter uns haben und zeigen, dass aus dem Betrieb unsere Cashflows genau das tun, was sie tun sollen, steht uns jetzt eigentlich jede Tür offen.